Jo alle und herzlich willkommen zu Rück zu einer neuen Folge Let's Play Resident Evil Revelations 2 Die sind jünger als du Ich finde die so eklig, ich will nicht gegen die kämpfen Da fand ich das Vieh von vorher diesem Wurm noch besser Allein schon, dass jetzt überall plötzlich Blut ist Ok gut, das war irgendwo überall, aber Trotzdem Die Tante, die ist so eklig, Alter Mit diesen Haaren, die so runterhängen, ich weiß nicht Das finde ich fast am ekligsten Ich tscheche nicht, wie die das überhaupt, also das müssen die echt noch aufklären, wie die das überleben konnte Probetransportprotokoll, Menge 70, menschlich, Ort, Industriegebiet, Bewohner der Zone 17 bis 21 Fuck Keine versteckten Items mehr What the fuck Äh, äh, schau dir das mal an Wie krass das ist Das hier ist alles so ganz normal, heller leuchtet Boom, die Dinger sind komplett schwarz Das liegt vielleicht auch an meinen Einstellungen Who knows That shit Wow, what the fuck Das sieht fast aus wie ein Skyrim Dungeon Ok, die Tür sieht ziemlich Die ändert mich ziemlich an Resident Evil 4, muss ich sagen Oh mein Gott, erinnert das Übel an Resident Evil 4 Für den Hausbau Ah, übelst Ich wünschte ich könnte hier wohnen Holy shit, das sieht genauso aus wie das Schloss Ich hab echt genug von Willen Fuck Oh 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 Alright Ah, ich versteh nicht Warum baut man unter der Erde eine Villa Also was heißt unter der Erde, ich meine das ist halt fucking im absoluten nirgendwo What the fuck, dude Alter Ey, wenn die Viecher, die sich nicht so scheiße bewegen würden, ohne Scheiß, dann wäre das halt kein Problem, die mal auszuschalten Aber so wie die sich bewegen, ist das halt legit nicht mehr möglich So, jetzt wird man wahrscheinlich ziemlich viel Story erfahren Tagebuch des Leiters der Forschungsanstalt der T-Forbos-Virus zu entwickeln Das T-Forbos-Virus zu entwickeln war eigentlich echt der Glücksfall für mich Die anderen Forscher sagen keinen Wert darin Ein Virus, der ausbricht, wenn der Wirt Furcht empfindet, reagiert auf Noradrenalin Das ist nutzaussagend Zu meinem Glück war Alex anderer Meinung Nachdem sie meinen Bericht über das Virus gelesen hat, interessierte sie sich sehr für dessen einzigartigen Eigenschaften Und er nannte mich zum Leiter der Forschungsgruppe Und als wir uns dem Abschluss näherten, wurde ich zum Forschungsleiter gemacht Alex schätzt mein Intellekt, es ist eine Ehre für sie zu arbeiten T-Forbos? Was wollte sie hier erreichen? Ach, die Mappen kann man nicht mehr angucken, oder was? Ja gut, mag noch Munition, bringt mir nichts, warum höre ich die Mappen auf? Good question So, ich gehe mal davon aus, die Tür hier ist verschlossen Wappen... Jetzt fangen die wieder damit an, Alter Ohne Scheiß, Mann Das gibt einem echt Flashbacks Weil zugegeben das Schiff von Resident Evil Revelations war auch so ähnlich eingerichtet Also das ist einfach der Stil von Resident Evil, würde ich fast mal meinen Weil so vom Stil her könnte das theoretisch alles miteinander verglichen werden Meine Kärme Meine Kärme Oh, was ist mit der Kabine? Warum kann die nicht aufmachen? Ich finde, es zieht sich gerade das Stück Ich dachte jetzt eigentlich mal, dass Alex so direkt auf der Spur War gefühlt Bis man hier noch null näher gekommen Das ist dunkel, man erkennt er echt gar nichts Das ist dunkel, man erkennt er echt gar nichts Also, schaut euch mal das an Boah Das ist legit einfach pechschwarz Oh, da ist aber noch ein Item Holy shit, Alter Ain't seen nothing, boys Oh Hä, dann ist der Schlüssel ja komplett nutzlos Hä? Hä? Na, vielleicht braucht man den später noch Das wird aber keinen Sinn Da geben wir jetzt auch beide Durchhänger frei sind Außer später wird ja einer von den beiden Durchhängern blockiert Das ist natürlich schon gut möglich Oh Gott Okay, ich sehe schon mal viele Ziegelsteine rumliegen Oh Das wird gespeichert Insekten Au Oh Mann Nur ne eingeschaltete Dusche Ich habe immer die ganzen Bomben verballert. Können wir mal neue bauen? Schon wieder voll, das gibt es ja gar nicht. Was kann man da zusammenfassen? Das kann man übergeben. Das kann ich übergeben, das kann ich übergeben. Leere Flasche, können wir mal Explosive herstellen. Hm, und sonst? Sonst ist eigentlich nicht viel. Nope. Nope, he nope's through. Oh boy, ja da unten liegen überall Ziegelsteine. Also jetzt wahrscheinlich nochmal so bergab, boys. Ah ja, genau. Ach du Scheiße. Die sind ziemlich nah beieinander, würde ich meinen. Und das sind fünf Stück. Oh. Gut gemacht, Sherlock. Das ist also mit denen passiert, die niemals wiedergekommen sind. Das ist halt die Frage, muss man die jetzt platt machen? Scheiße. Fuck. Ja gut, aber man kann es ja ziemlich leicht platt machen. Ich wollte halt nur testen, ob es überhaupt möglich ist. Aber ich hatte eh schon Schaden bekommen. Deswegen ist es jetzt nicht so schlimm. Dann checke ich jetzt einfach genau, wo das Ding ist. Und dann müsste ich... Also ich weiß halt nicht, ob man die jetzt einfach... Eigentlich nichts, sonst würden sie es nicht machen. Ach du Scheiße. Okay, da habe ich jetzt fett gefehlt. Also ich hatte es schon gesagt. Ich weiß nicht, was eure Meinung wäre. Schwierig, die könnt ihr mir nicht mitteilen. Fuck. Ja, man muss halt auf jeden Fall möglichst Munition sparen. Das machen, wenn ich es schon mache. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Sherlock, Nateria. Spaß. Lauf, Nateria. Scheiße. Und hat es der auch in der Birne? Ne, der hat es fast am Arsch. Sehr gut. Ich sage es mal so. Es lohnt sich ja allein schon deswegen, die zu vernichten. Weil wir sind ja bei der BSAA. Wir müssen ja nicht nur den Urheber vernichten, sondern auch dessen Produkte, nenne ich es jetzt mal. Wir müssen das komplett ausmerzen. Oh. Okay, hier geht es auf jeden Fall weiter. Dann gucken wir da drüben noch um die Ecke. Dann geht es wahrscheinlich auch weiter, wie immer. Ups. Ja. War ja klar. Aber wahrscheinlich braucht man hier Schlüsse. Nope. Und hier sind auch Viecher. Ach du Scheiße. Aber es nervt mich immer so, wenn man nicht weiß, wo man hinmachs. Ja, okay. Na, mal lassen wir das. Level 1. Ernsthaft. Jetzt darf man hier wieder 50.000 Jahre lang irgendwelche Karten sammeln. Bis man mal das... Ey. Was? Was? Scheiße. Scheiße. Die paar... Achso. Ne, Moment mal. Hier geht es gar nicht weiter. Also noch nicht, erst wenn wir die Sicherheitskarte haben. Also, welcher man fängt doch richtig. Wow, what a surprise. Oh, bequemer Stuhl auf jeden Fall. Sieht gut aus. Aber warum haben sie die Leute foltern müssen, what the fuck? Ich meine, die konnten die doch dann einfach wahrscheinlich gefangen nehmen. Achso, wegen der Angst vielleicht. Na gut, das kann sein. Yes. Ich bin jetzt wahrscheinlich an so eine abgelegene Drecksinsel in Weiß-Was-Ich-Wo gegangen, weil ich hier niemals jemand die Leute vermissen würde. Also, wenn der Ort hier einfach nicht mehr existiert quasi, juckt wahrscheinlich keiner das Arschloch. Das war ein kluger Schachzug. Deswegen kannst du mit den Leuten machen, was ich wollte. Vermutlich. Sonst wäre ich schon längst nach mir angerückt von Putin. Äh, was? Ups. Fast Relief mit Spiel vermischt. Vermixt. So. Alright. Ah ja, ich meine halt Sicherheitskarte Stufe 1. Dann gibt es wahrscheinlich noch Stufe 2, 3, 4. Dann ist sie gar nicht in der Mine gewesen. Bla, bla, bla. Na gut, eigentlich sollte ich froh sein, dass wir ihnen noch nicht begegnen. Ich will ihr gar nicht begegnen. Ach naja, früher oder später müssen wir es eh. Alter. Echt gut gemacht. Er sagt das halt schon, bevor sie es überhaupt gemacht hat. Das triggert mich. So, wir brauchen jetzt echt Munition, weil jetzt habe ich meine gesamte Sturmgewehr-Munition verschossen. Pistole ist auch fast leer. Also das ist ein rastiges RIP. RIP. So geht es natürlich nicht. So wird es nicht besser, ja. Moment, was soll das? Na, Moment. Oh. Leute, ich hätte ich halt legit übersehen, wenn das jetzt nicht geklärt hätte. Hier ist zum Glück mal ein Leer-Tank. Oder hoffentlich Leer-Tank. Da ist noch was. Alkohol. Für Alkohol bist du noch ein bisschen zu jung. Mädel. Madl. Ah, endlich eine Karte wenigstens. Die bringt zwar eh nicht zu viel, aber trotzdem. Bericht über das Ouroboros-Virus. Das Ouroboros-Virus etabliert sich in organischem Material. Wenn es in einen Leichnam injiziert wird, bildet es einen Kern und reorganisiert dann das organische Material an diesem Kern herum, wodurch es den Leichnam reanimiert. Der Kernfung geht als Zerstörungszentrum des organischen Wachstums. Den Kern zu zerstören, negiert auch den Reanimierungsvorgang. Die Fähigkeit des Virus, sich in organischem Material auszubreiten, ist extrem hoch. Wird er in der Probe, wenn jede Grenze in dieser Anlage durchbrechen, wird es die Insel in einen Friedhof verwandeln. Alle Sicherheitsmaßnahmen müssen strengstens eingehalten werden. Hä, was juckt die, dass die Insel drauf, hä? Natürlich hat sie auch Ouroboros in die Hände bekommen. Holy shit. Warum ist denn die Stimme plötzlich so laut? Aber ja. Hä? Juckt doch nicht. Was juckt die, dass, ob da irgendwas ausbricht auf der Insel? Checksnut. Gut, okay, dann können sie weniger forschen, wenn die alle schon viel früher drauf gehen, aber trotzdem. Ab heute haben wir begonnen, die Auswirkungen des Ouroboros-Virus auf Leichen zu untersuchen. Wir halten jeden Tag eine gute Anzahl Leichen frei aus. Stuart stellt durch seine tüchtige Arbeit sicher, dass es uns nie an Forschungsmaterialien mangelt. Sofort haben wir uns daran gemacht, das Virus in eine der Leichen zu injizieren. Die Leiche wurde reanimiert wie eine Art Marionette, für war eine extrem aggressive Marionette. Sie griff jeden an, der sich hier näherte. Diese Forschungsarbeit kommt mir mehr und mehr wie Biowaffenentwicklung vor. Forschungsarbeit. Level 2? Ey, it's your boy, Level 2. Dachte ich mir schon fast. Wieso dachte ich das nur? Also ich wollte gerade sagen, Feuerrate 3 habe ich doch gerade erst gefunden, aber das ist ja nicht das, was eingebaut ist. Ah, das kann ich in jede Waffe tun. Naja, so in Sturmgewehr würde ich es auf keinen Fall tun, weil die Feuerrate ist eh schon viel zu hoch eigentlich. Da schießt man nur voll oft daneben, je öfter man schießt. Ich würde es eher in die Pistole tun, ja. Kapazität von mir aus auch, ja. Dann Anti-Rückstoß. Naja, stimmt genau, das kann man nicht in die Schrotflinte tun, aber hier auch nicht, ne? Nope. Na gut, dann haben wir es eh schon wieder. Alright. Oh, da ist eine Sicherheitskarte. Sicherheitskarte Stufe 1. Sieht aus wie eine Kreditkarte. Ich verstehe jetzt immer noch nicht, warum die für die gearbeitet haben. Weil, also so wie ich das jetzt von dem Typ mal gehört habe, aber da dachte ich mir jetzt so, Äh, wusste der überhaupt, was der da gemacht hat? Die Leiche des Wissenschaftlers, der von der Testperson getötet wurde, wurde zur Leichenhalle hinter den Beobachtungsraum gebracht. Der Körper wurde sterilisiert. Persönliche Gegenstände wie etwa Schlüssel wurden ebenfalls sterilisiert und werden in der Leichenhalle aufbewahrt. Okay, das soll mir jetzt wahrscheinlich irgendwas sagen. Ah, jetzt brauche ich doch den Wappenschlüssel. Never mind, boys. Doch nicht unwichtig. Aber gut, ich habe aber vorhin schon sowas. Gesagt, dass wahrscheinlich sowas dann der Fall sein wird, dass man es dann trotzdem noch braucht. Sonst würde es ein Spielentwickler ja nicht hinmachen. In Spielen ist eh nie was zufällig. Also da ist nie irgendwas einfach so. Muss ja alles irgendjemand, äh, programmiert haben. Gewollt haben. Leider, stand das gerade schon da? Was war das? Ich muss sagen, langsam werde ich ein bisschen angespannt. Da drüben ist etwas. Das manchmal kommt her. Es kommt her. Es kommt her. Ich finde, das ist relativ schwierig einzuschätzen, wo das vielmehr ist. Oh. Habe ich das vorhin echt übersehen? Wo ich so gründlich war? Na gut. Oh. Ne, was? Was? Warum stand da gerade F? Ach, Leute. Siegelstein. What the fuck? Ähm. Was soll ich gerade sagen? Scheiße, was soll ich gerade sagen? Fuck. Hm. Irgendwas mit den Flugviechern. Aber irgendwie. Also das ist schwierig, es einzuschätzen, wo die sind, obwohl du genau weißt, wo sie sind. Wegen Natalia, irgendwie so. Ja, war es nicht. Ich glaube schon. Na, egal. Jedenfalls, ähm. War es das an dieser Stelle, es hat gerade gespeichert. Und jo, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Auf der Suche nach Alex, ob sie irgendwann kommt. Alter. Scheiß Windows-Sign. Sorry dafür, aber ich kann es nicht abstellen. Das ist einfach von unserem Netzwerk. Und äh. Ja. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht es kurz rein und ciao, ciao. Ja. 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 Ja.